Willkommen zurück. Was wollte ich machen? Was habe ich letztes Mal gemacht? Ich habe Öl gesucht, das weiß ich noch. Hier. Aber ich habe nicht wirklich viel gefunden. Hier war ein Ölfeld. Ein kleines... Aber ja stimmt, ich hatte doch Artefakte dabei. Die packe ich mal eben in die Montagemaschine. Und dann werde ich nochmal forschen. Das müsste ja... jetzt wieder ziemlich gut funktionieren, auch vom Strom her. Es gibt ja 760 Pakete. Gut, dann lasse ich das erstmal eine Zeit lang laufen, bis es wieder voll ist. Und dann werde ich weiter forschen. So, da... die Ärzte rein. Hier auch. Na? Okay. So. Da ist alles voll. Oh, wie sieht's aus? Ja, das dauert noch ein bisschen. Na, dann machen wir hier schon mal Platz. Ich würde jetzt langsam gerne mal die blauen Schaltkreise anfangen. Ich würde jetzt langsam gerne mal die blauen Schaltkreise anfangen. So, ne, die geht jetzt in Bäume weg. Und was sagen jetzt die Pakete? Da sind sie fast voll. Ja, schon. Da sind zwar immer noch einige Lücken drauf, aber... Gut. Wird ja... Wird ja produziert. Dann... Robotergeschwindigkeit. Dann sind die schon mal komplett ausgebaut. Und dann brauche ich mir da keine Gedanken mehr machen. Hm. Stimmt. Ich hatte ja noch Festbrennstoff gemacht. Da sind sie. Ach, wie gemein. Gerade so. Gut, hier. Festbrennstoff 50 Stück. Ein schneller Greifarm ist schon da. Hier noch Strom. Und hier dasselbe. Zack. Logistik. Und dann kann das auch weg. Was sieht's denn mit dem Strom aus? Ich bin ja jetzt eben auch wieder am Forschen. Ziemlich gut, aber es wird gerade Nacht. Ich würde auch gerne mal die letzten zwei Reihen mit den Eisenplatten fertig machen. Mal gucken, was der Strom sagt, wenn's keine Sonne mehr gibt. denn das Solarfeld muss ich auch noch fertig machen. Habe ich ja auch noch nicht gemacht. So viel zu tun. Na, komm. Akkus sollen anspringen. Ich muss mal das mal angucken jetzt. Hm, hm, hm. Okay, ging gar nicht an. Na ja. Okay. Eisenerz. Eisenplatten. Da bringe ich zumindest schon mal eine Seite dazu. Und für die andere fehlt mir wahrscheinlich ein Haufen an Öfen. Einen habe ich hier. Das wird mich aber nicht weit bringen. Bauen? Kann ich einen bauen? Nö. Na, ist ja nicht schlimm. So, hier, 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 hier. Da, 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 einer, und da, einer. Was ist jetzt wirklich mit dem Strom nicht? Guckt. Hm. Hm. Toll. Naja. Jetzt muss der Arm wieder hin. Nee. Richtige Möglichkeit. Die vergesse ich nämlich auch ganz gerne mal. Hier stelle ich mal eben ab. Nee. Hier. Ah, nicht. Hier. Hier, so. Denn hier muss irgendwo... Das Kopfverband ja unterirdisch laufen. Hier kommt das Eisen hier runter. Hier lang. Hier rum. Und ich habe keine Bänder mehr. Ein bisschen noch unterirdischer. Ein bisschen noch unterirdischer. Sieht netter aus. Hm? Blinkt's? Nö. Toll. Gut, das ist jetzt auch fertig, aber wir wählen Bänder. Die müssen aber eigentlich im Netzwerk sein. Und ich bin jetzt im Netzwerk? Nee. Hier oben. Sollen wir die Roboter doch bitte mal Bänder bringen? Da kommen sie doch. Ja. Cool. Mal etwas, das klappt. Wie ich das gerne hätte. gut. Gut. Und wieder weg damit. Ja. Entschuldigung. Ich laufe doch schon wieder hoch. Okay. Vom Strom hier geht's. Dann mache ich das hier mal weg. Und dann können das ein bisschen... heißen Band nämlich... auch eins extra befüllen. Hm, das hier soll... so rum. Und da sind jetzt Bänder drin. Das sind wahrscheinlich die, die sie mir nicht bringen konnten. Ist aber auch nicht schlimm. Ich finde das ganz okay. Ja, hier soll das vierte, das unterste Band hin. Und das soll halt... Ja, hier lang. Oh Gott. So. Ja. 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 Okay. Ziegelsteine brauchte ich für die Öfen. Ich mal... Mach hin. Wie viele kann ich denn machen? Jo. Stahlträger, alles klar. Da sind ja hier in den Öfen genügend drin. Und dann fehlen Schaltkreise. Kein Problem. Liegen ja genügend rum. Okay. Und die Forschen... Läuft alles wunderbar. Aber irgendwie kommt der nicht zu 100... Der kommt locker nach. Mhm. Mhm. Gut, gut. Okay. Ähm... Was macht denn... Der... Hier. Hm. Der sieht alles soweit ganz gut aus. Das freut mich auf jeden Fall. 2.000 Öl. 1.100 Leichtöl. 1.500 Schweröl. 1.700 Petroleum. Genial. Endlich. Das ist ja ein Träumchen. Wahnsinn. Cool, 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 cool. Und 10 Liter. Ja, mein Bahnhof funktioniert wunderbar. Nicht noch Platz im Inventar. Boah. 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 Dann fahre ich mal mein Auto wieder. Da rüber. Oh, das ist ganz schlecht, hier lang zu fahren. Stopp. So. Dann mach ich das mal hier her. Was ich jetzt gerne eben machen möchte, sind blaue Schalkreise. Die brauchen Schwefelsäure, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Jo. Okay. Ich brauche Tonnen an unterirdischen Rohren. Ähm, was? Hä? Ach so. Gut. Habe ich noch normale? Zehn Stück, da werde ich nicht weit kommen. Denk ich mal. Im Ziegelsteine war ich noch für die Elfen. Im Ziegelsteine... Da könnte ich ja auch eine Anbieterkiste draus machen. Und wie viel darf ich? Sechzehn. Naja. Dann muss ich nur noch überlegen, wie ich dann am geschicktesten das Rohr mit der Schwefelsäure verbaue, damit die mir nicht im Weg ist. Irgendwie. Und ich brauche Bänder. Viele, viele, viele Bänder. Dann würde ich nämlich auch gerne die Produktionsstraßen eben weiterbauen, damit das nicht so eigenartig aussieht. Okay. Okay, 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 okay. Ich brauche... Ah, noch Montagemaschinen. Da habe ich noch fünf Stück. Na gut. Immer welche bauen? Kein Problem. Mh, 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 mh. Also die Schwefelsäure... Die müsste... eigentlich... hier so ankommen. Da ist aber, glaube ich, ein Bandenweg, oder? So, zack, zack, zack. Jo. Okay. Ähm. So. Und hier. Ist auch ein Band im Weg. Naja, dann... Halt ein bisschen oberirdisch... Überirdisch... Oberirdisch. Gott. Okay. Dann können nämlich nach den Rohren... dann die Schaltkreise... dazukommen. dazukommen. Das funktioniert hier nicht. Ist das nicht maximal ausgebaut? Ich hoffe nicht. Nein, gut. Okay. Und jetzt noch die roten runterbringen. da. Und da. Okay. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Weg damit. Also... Mache ich das... Mache ich das? Hier. Hier soll der erste her. Und wie baue ich das jetzt? Also die brauchen... 20... Ich glaube 20 grüne... Und 10 rote. Zwei rote, 20 grüne. Also wäre es da sinnvoll... Zwei... Arme... zu machen, damit die die grünen schneller rein... wuchten können. Und ich habe keine langen Greifarmen mehr. Und hier ein langer für die roten.